Die Weltoregano-Krise Die Weltorente sind fast vollkommen erschöpft. Einzig die Vereinigten Oreganischen Emirate haben es geschafft, das wertvolle Gewürz künstlich herzustellen. Guten Abend mit Margreta. Heute wurden wir Opfer einer schrecklichen, vorher noch nie dagewesenen, unglaublich üblen Tragödie. Um 11.43 Uhr mittelmagretianischer Zeit sind unsere letzten Oregano-Bestände in einem feigen, terroristischen Akt zerstört worden. Auch schon wir keinerlei Beweise haben, ist es absolut offensichtlich, dass die Vereinigten Oreganischen Emirate dahinter stecken. Das ist bewiesen. Ich habe ein Team zusammengestellt, das schon seit Jahren gemeinschaftlich nach einer Formel für analoge Oregano sorgt. Fünf Zutaten konnten bisher mithilfe höchstwissenschaftlicher Methoden entschlüsselt werden. Eine Zutat fehlt jedoch noch, um das sogenannte Pizzadiagramm vollständig zu entschlüsseln. Darf ich vorstellen? Sargent Tonno, langjähriger Waffenexperte und Kriegsveteran, der Mann fürs Grube. Jean-Luc Cipolla, Restaurantkritiker und Geruchsexperte, der Mann fürs Feine. Professor Doktor Mister Speciale, Wissenschaftlerin, elffache Nobelpreisträgerin, kann den Satz Wo ist das Oregano in 56 Sprachen? Dies ist das Team der Aufklärungsmissionen, das Pizzadiagramm. Sie werden die Vereinigten Oreganischen Emirate aufsuchen und die letzte Zutat aufschwimmen. Absolut höchste Priorität hat dabei die Sicherheit der zivilen Bevölkerung. Ich dachte, wir wollten zivile Opfer vermeiden. Für mich sah der nicht aus wie ein Zivilist. Ey Cipolla, wo geht's lang? Meine Oregano-Sensoren sagen, da lang. Ey, so fängt man die geheime Zutat doch nie. Lass uns doch mit den Leuten reden. Ja, meine Lieben. Das ist der nächste Bauer. Ich rieche Käsekuchen, da hinter dem Baum. Aber dieses Mal sollten wir das Ganze ein wenig diplomatischer angehen. Los! Heiß! Werde ihr keckli, Korko und Duguru? Oregano! Oregano! Los! Augenblick! Habt was vergessen? Mit dem Kuchen! Kuchen! Danke! Arigano! Arigano! Das sind alles Zutaten, die wir bereits kennen. Die fehlende Zutat ist nicht dabei. Duguru! Was hast du da? Das ist das feinste Analog-Oregano. Hol, wann hast du Oregano? Ich verstehe nichts mit den Dingern drauf. Wo ist das Oregano? Da, in der Tür, um die Ecke. Das ist das Symbol aus dem Pizza-Diagramm. Verdammt, du hast recht. Wie kriegen wir jetzt die Tür da? Das mache ich. Geht in Deckung. Übrigens, diese Bauern sehen alle gleich aus. Was ist das? Keine Ahnung, Mann. Aber wir werden es herausfinden. Setzt euch. Ich habe euch erwartet. Was ist die geilme Zutat? Es blüht die Wurst, nur kurze Zeit. Die Freundschaft blüht in Ewigkeit. Ach, nehmt dies. Hier ist die letzte Zutat. Die letzte Zutat ist Liebe. Die letzte Zutat ist Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020